Mein Name ist Tina Rakowski. Ich arbeite seit über 30 Jahren bei der MANOVA und zwar jetzt im IT-Bereich als Anwendungsberaterin für SAP. Viele denken ja, dass Frauen im IT-Bereich weniger angesehen sind. Ich bin jetzt seit einigen Jahren dabei. Wir haben sehr viele Kolleginnen und ich denke, wir Frauen haben da keine Probleme, uns da durchzusetzen. In unserem Sachgebiet der Anwendungsberaterin sind wir ein super Team. Da ist es auch egal, ob Männlein oder Weiblein. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Ich bewirke mit meiner Arbeit hoffentlich, dass die Kollegen sicherer im Umgang mit SAP sind, dass Prozesse besser laufen, dass es weniger Probleme im täglichen Arbeitsbereich gibt, dass die Kollegen weniger Angst vor SAP haben und dass sie wie ich mit einem Lächeln morgens ins Büro kommen. Eine gute Work-Life-Balance sieht für mich aus, dass ich Beruf und Familie vereinbaren kann und das bietet mir MANOVA. Ich habe flexible Arbeitszeiten. Ich konnte die Arbeitszeit nach meiner Elternzeit reduzieren und es gab auch jetzt nach 16 Jahren auch keine Probleme, dass ich die Arbeitszeit trotzdem reduzieren konnte. Wenn sich andere Frauen für den MINT-Bereich interessieren sollten, würde ich sagen, macht einfach. So schlimm ist es nicht und deswegen, also ich habe es nie bereut. Frauen im IT-Bereich? Keine Frage.